Im Namen des Außenswahls ist die Vorstellung zur diesjährigen Hauptversammlung der Adidas-Handier-Höfen. Es wird nun an den Fußballschulen von euch. Hört aus, ihr könnt uns die töten. Die töten keine Känguris, das werden wir euch überlegen. Adidas, wo bleibst du? Hier wird gleich was erzählt von Innovationen. Einendlich in der Universität. Wir werden über das Thema sprechen. Das Leder, was wir nützen, ist ein Abfallprodukt. Die gesetzlichen Vorgaben, die die australische Regierung erlassen hat, haben in der Praxis missachtet. In der Selbstverpflichtung von Adidas steht, dass die Materialien frei von Angst und Leid sein sollten. Und das sind sie eben nicht. Ich meine, ich verstehe und ich finde auch die Bilder, wenn ich sehe, wie man da jagen und was da passiert, furchtbar und wir werden es sicherlich vielleicht schneller umstellen, als sie denken, aber nicht wegen Druck. Sie dazu auffordern, dass sie sich die Kampagnenseite Kangaroos are not shoes angucken, sich über die Praktiken informieren. Das war er妳. Von Jesus. Ich setze. Das war das W Še. Das war sie.